Das Herz der Ortsmitte von Giordignano ist von der Pfarrkirche des Orts und von dem Baronenpalazzo charakterisiert. Verschiedene Häuser und Adelssitze umgeben den Rathausplatz, wo der barocke Helm Heiligen Hochhuss hervorsticht, der 1772 in der Mitte der Ortschaft von der Gemeinschaft von Giordignano errichtet wurde, um den Schutzpatron zu ehren. Die Stresschen der Ortsmitte biegen um den Platz ab, wo auch die Hauptstraße des Orts zusammenlaufen. Die Physiognomie der städtischen Architektur von Giordignano ist von der Anwesenheit von Häuser mit einem einzigen Stock gegenzeichnet. Man kann auch wichtige Adelshäuser finden, die die Erneuerung des Gebäudebestands und des Wirtschaftswachstums des 18. Jahrhunderts beweisen. Der Platz ist von der Fassade der Pfarrkirche beherrscht, die im Laufe des 18. Jahrhunderts errichtet wurde. Die drei Statuen auf dem Eingangsportal stellen der Christus zusammen mit den Propheten Elias und Mosè während der Verklärung Christi dar. Daraus stammt der Name der Pfarrkirche von Giordignano. Auf den Seitennischen sind die Bildnisse der zwei Bischöfe der Kirschenheiligen Augustinus und Heiligen Ambrosius sichtbar. Das gesamte Gebäude hat eine kreuzförmige Basis. Man bemerkt die üppigen Stockarbeiten und die leuchtenden Pigmente, die das religiöse Gebäude preisen und verzieren. Wenige Minuten von der Ortsmitte entfernt, ist es möglich, den typischen sogenannten Trapitello des Herzogs zu bewundern und der irdische Ölmühle, die im Jahr 1508 errichtet wurde und bis zu den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts funktionsfähig war. Im Inneren gibt es die ursprünglichen Ausrüstungen, die in der Vergangenheit für die Ölproduktion verwendet wurden. Das Öl symbolisiert die feudale Wirtschaft des Salentos. In den Nischen, die entlang die Wände sichtbar sind, wurden einst die Oliven, die von den höher gestellten Öffnungen fielen, gesammelt. In den typischen Wannen aus Stein wurden die Früchte aufbewahrt oder vor der Olivenpressung unterteilt. Wenn man die Ölmühle besichtigt, hat man das Gefühl, die Geräusche dieses alten Gebäudes zu hören. Die Befehle des sogenannten Nagiro, die Stimmen der Arbeiter, das Gewirr der Tiere und das Kreischen der Geräte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018